Der Traum von Nader geht in Erfüllung und nach nur einem Jahr ist nun Schluss damit. Als Profi-Fußballer hat er in der Bundesliga spielen dürfen. Jetzt postet er dieses Statement. Nader hat jahrelange dafür gekämpft und die Fans durften ihn auf diesem Weg begleiten. Als er dann einen Profi-Vertrag von Hertha bekommt, kann er sein Glück kaum fassen. Ein Jahr lang durfte er zeigen, was er drauf hat, bekommt ein neues Zuhause in Berlin und plant auch weiterhin, Fußball zu spielen. Doch jetzt platzt der Traum, denn sein Verein verzichtet darauf, ihn im Team zu behalten. Zu alt sei der Spieler und sie setzen lieber auf neue und frische Spieler. Für Nader bedeutet das aber nicht das Ende, denn er bleibt motiviert und will unbedingt weiterhin in der Profi-Liga bleiben. Ob ihn ein anderer Verein unter Vertrag nimmt und er jetzt offiziell Berlin verlassen muss? Leute, ich komme gerade aus dem Stadion. Ich bin am Ende des Spiels nochmal mit runter zur Mannschaft und stand vor den Fans. Brutale Fans. Ich werde diese Saison niemals vergessen, weil ihr wisst, in der Saison ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Die Saison geht jetzt nur noch eine Woche. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es mit mir weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! . .